Ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier im Podcast Augen zu uns Sonnenseite. Ich freue mich so sehr, dass du wieder da bist. Herzlich willkommen zu dieser Folge und in dieser Folge geht es um das Thema Routinen. Gar nicht mal so sexy irgendwie, wenn man Routinen hört, für mich persönlich, aber hinter Routinen steckt einfach so viel und da möchte ich heute mal etwas genauer reingehen und möchte einfach mal mitdetailen, was ich so diese Woche für Erkenntnisse hatte, denn diese Woche stand wirklich unter dem Namen Routinen und ich bin am Montag von Teneriffa zurückgekommen und muss sagen, ja klar, ne, also wenn ich irgendwie verreise, irgendwo anders bin, dann ist es mit den Routinen teilweise so ein bisschen schwammig, ja. Und ja, jetzt sitze ich hier, heute ist Samstag und war eben spazieren. Ja, guck gerade raus und es ist jetzt schon 20 vor 8, aber ich habe ja zu mir gesagt, nimm diese Podcast-Folge auf, nutze das, was einfach gerade da ist und genau deshalb eben dieses Thema heute. Ja, und ich hatte in dieser Woche auch ein, nee, es war gar kein Coaching, es war ein Kennenlerngespräch und in diesem Kennenlerngespräch ging es unter anderem auch um das Thema Routinen. Ja, und warum ging es da um Routinen? Nein, weil eben meine Klientin, also sie wird jetzt bald meine Klientin sein, sie ein Problem hatte in der Vergangenheit und es ist jetzt wiedergekommen, ja, also es geht um das Thema Unsicherheit, ja, und es war besser, ja, sie hatte an sich gearbeitet und hatte diese Unsicherheit wirklich, ja, hinter sich gelassen. Sie hat Sicherheit in sich selbst gefunden, sie hat Sicherheit im Leben gefunden, sie hat Vertrauen gefunden zum Leben und zu sich selbst durch verschiedene Übungen, ja, die sie eben auch gemacht hat, auch in einem Coaching und ja, jetzt ist das plötzlich wieder da, sagt sie und würde gerne eben jetzt mit mir zusammenarbeiten, mit Coaching, mit Hypnose und ich fand das so ganz spannend zu sehen, ja, auch diese Parallelen, weil ich das natürlich auch selber kenne, ja, also ich habe ja auch angefangen, weil ich es einfach nicht mehr ertragen konnte, wie sehr ich an mir gezweifelt habe, wie ich andere Menschen immer über mich gestellt habe, wie ich Ängste einfach hatte, wie ich auch Angst hatte, ja, mit anderen Menschen zusammen zu sein, weil ich da auch ganz viele Komplexe hatte, ja, also vielleicht kennst du auch meine Geschichte, habe ich auch hier schon erzählt im Podcast, schon einige Male höre ich auch total gerne meine erste Podcast-Folge dazu an, da nehme ich dich auf jeden Fall sehr nochmal mit rein in meinen Prozess, aber auch so in den letzten Podcast-Folgen habe ich da auch relativ viel drüber gesprochen, genau und dann hat sie einfach gesagt, so ja, jetzt fühle ich mich irgendwie wieder unsicher, ich merke, das kommt wieder, Mist, das kommt wieder und ja, dann hat sie gesagt, ja, jetzt habe ich gedacht, okay, warte ich nicht zu lange, bis es wieder sehr viel Oberhand gewinnt eben in meinem Leben, sondern ja, wirke dem entgegen eben frühzeitig und da habe ich gesagt, wirklich total klasse, weil wenn wir wirklich warten, bis es komplett eskaliert, das können wir machen, manchmal brauchen wir das auch, ja, bis wirklich alles, das Kartenhaus komplett zusammenfällt, bis wir da irgendwie in die Action kommen, aber es ist natürlich umso besser, wenn wir sagen, ich habe da ein Problem, ich habe da ein Anliegen und da lieber etwas früher ranzugehen, als eben zu spät, ja, weil, also beziehungsweise zu spät gibt es auch nicht, aber ja, eher etwas früher, ja und desto einfacher, desto schneller kann man das einfach wieder quasi umschiften, das heißt wirklich diese Unsicherheit, die sie jetzt wieder spürt, wieder umschiften in ein Vertrauen zu sich selbst, in Selbstsicherheit und ich kenne das sehr, sehr gut, denn auf meinem Weg ist es so, dass ich ganz am Anfang natürlich extrem viel an mir gearbeitet habe, ich hatte eine extreme Morgenroutine, ich hatte eine Abendroutine, das war für mich unverhandelbar und vor allem hat es mir auch sehr viel Spaß gemacht, weil ich gesehen habe, was so eine Routine mit mir macht, ja, was dieses jeden Tag, jeden Morgen, jeden Abend mit mir selbst verbinden, meditieren, journalen, mir eine schöne Kerze anmachen, visualisieren, meine Affirmation sprechen und fühlen, das hat so viel in mir verändert, auch relativ zügig, ja, habe ich einfach eine Veränderung gemerkt, dass ich so Spaß daran hatte, dass das für mich, das war einfach schon deshalb unverhandelbar, weil das für mich einfach, ich habe mich morgens gefreut, aufzustehen und meine Morgenroutine zu machen und das habe ich wirklich ganz krass durchgezogen, wirklich über Monate, wirklich morgens und abends und ja, das ist dann aber irgendwann, als ich gemerkt habe, ich versuche das gerade mal so ein bisschen einzuordnen, ja, als ich so gemerkt habe oder als ich schon sehr an mich geglaubt habe, ja, als es wirklich schon sehr viel besser war, da habe ich das dann teilweise schleifen lassen und das ist ja ganz spannend, ja, das ist ja bei meiner Klientin quasi genauso, dass als sie so gesagt hat, so jetzt bin ich zufrieden, so wie ich bin, so mit meiner Selbstsicherheit, ich vertraue mir, ich gehe positiv in den Tag, ich bin positiv mit dem Leben und ja, so dieses Problem, was sie vorher hatte, der Unsicherheit quasi aufgelöst worden ist, dann hat sie es quasi sein gelassen, ja, also sie fand das dann ganz toll, dass es ihr gut geht und ja, hat dann gedacht, mehr oder weniger, so jetzt muss ich ja nicht mehr an mir arbeiten, so mehr oder weniger und ich kenne das absolut von mir, weil ich diese Sicherheit in mir hatte und dann habe ich es schleifen gelassen, weil ich wahrscheinlich auch ganz viel, also das ist natürlich ganz viel auch unbewusst, unbewusst und auch etwas bewusst, je nachdem, ne, 95% ist Unterbewusstsein, ganz, ganz spannend, dass ich dann wahrscheinlich gedacht habe, okay, es geht mir jetzt besser, das heißt so dieses, dieser Schmerz, der am Anfang ja da war, dieser Schmerz von, es ist so schlimm für mich tagtäglich, mich so klein zu halten, gegenüber dem, wie ich mich halt dann so ein paar Monate später schon gefühlt habe oder, ja, Monate, Jahre, wie man es sehen möchte, dass der Schmerz einfach nicht mehr so da war und deshalb das Commitment für die Routine nicht mehr so krass da war. Also generell, wenn du eine Routine hast und das ja über ganz viele Monate oder Tage machst, also 63 Tage hat man auf jeden Fall schon diese Gewohnheit drin, das heißt, man denkt nicht mehr so viel darüber nach, das gehört dann zum Alltag quasi, das heißt, irgendetwas hat in mir diese Gewohnheit aufgelöst, weil ich dachte irgendwie unbewusst, bewusst, wie auch immer, ich brauche das jetzt nicht mehr so sehr, das heißt, wenn das dann, wenn du dann so anfängst, okay, ja, heute schreibe ich mal nicht in meinen Journal, ja und dann am nächsten Tag, ach komm, machst du auch nicht, machst du dann am nächsten Tag, machst du am nächsten Morgen, da kenne ich, also wirklich, das war bei mir nämlich so, abends dann müde und dann, ja komm, schreibst du halt morgen früh, ja und morgen früh ist dann irgendwas auf der Arbeit passiert oder ein bisschen später aufgestanden, ja und dann hast du das auch wieder nicht gemacht und dann bin ich so nach und nach aus dieser Routine rausgegangen oder zum Beispiel nicht mehr zu lesen, ja, ich habe dann auch ganz lange nicht mehr gelesen oder, ja, jetzt ganz neu, wenn wir jetzt mal wirklich hier und sonst hier und jetzt zurückkommen, dass ich wirklich meine Meditationsroutine sehr auf Eis gelegt habe, muss ich ganz ehrlich sagen, also ich habe die letzten Wochen wirklich sehr, sehr wenig meditiert und Meditation ist ja wirklich das Tool, um dich mit dir selbst zu verbinden und Meditation war für mich wirklich eine Sache, die bei mir ganz am Anfang extrem viel verändert hat, also weil du dich in der Meditation so extrem mit dir selbst verbindest, wie ich finde, das funktioniert mit nichts anderem, also Meditation und Hypnose, das sind ja so zwei Tools, mit denen du einfach extrem in einen Entspannungszustand kommst, du dich extrem mit dir selbst verbindest und das ist für mich unschlagbar, wenn es darum geht, wirklich deine eigene, ja, Einzigartigkeit zu erkennen, dein, ja, zu erkennen, aber auch einfach in dir zu spüren, dich selbst zu spüren, wirklich in Verbindung mit dir zu gehen und nicht nur irgendwie vom Kopf her, sondern von deiner Seele her, von deinem Herz her und genau, also die letzten Wochen habe ich das wirklich extrem schleifen lassen, weil ich halt einfach wirklich dachte, okay, beziehungsweise ich dachte, ich habe da nicht so viel drüber nachgedacht, es ist einfach irgendwie so passiert, dass andere Sachen dann einfach wichtiger waren, ja, wie einfach morgens ins Gym gehen, ja, hier das Gym macht um halb acht auf, ja, dann gehe ich ins Gym und dann komme ich zurück und dann ist halt irgendwie auch schon neun Uhr oder dann mal halb zehn, dann bis man sich fertig gemacht hat, ne, und dann starte ich dann sozusagen meinen Arbeitstag, wenn man es so sieht, irgendwie um zehn, manchmal dann um halb elf und mich dann noch hinzusetzen und zu meditieren, war für mich irgendwie oft dann keine Option, also das war irgendwie nicht in meinem Feld, dann mich hinzusetzen und zu meditieren um halb elf, weil ich dann manchmal auch so einen Druck irgendwie verspürt habe, dass ich jetzt mal langsam anfangen muss, ne, weil es gibt natürlich auch einige To-Dos, wenn man selbstständig ist oder in meiner Selbstständigkeit einfach auch dadurch, wenn man auf so vielen Social-Media-Kanälen unterwegs ist und Inhalte kreieren und so weiter, aber da möchte ich gar nicht so viel reingehen. Auf jeden Fall ist dann Meditation sehr in den Hintergrund gerückt und auch Journaling. Ja, ich habe dann auch angefangen, so, ne, Journaling, Dankbarkeitspraxis, meine Erfolge, also alles, was eigentlich so immer in meiner Routine drin war, das einfach schleifen zu lassen. Und ich habe wirklich gemerkt, dass ich etwas so unausgeglichener geworden bin, dass ich nicht mehr so mit mir verbunden war, dass ich auch öfter mehr gereizt war, dass ich auch nicht so kreativ war, weil ich auch einfach nicht so mit mir verbunden war. Ganz, ganz einfach eigentlich. Und irgendwie mal immer darüber so nachgedacht, so, könntest du ja mal wieder meditieren und das dann irgendwie doch nicht gemacht, weil, ja, ich irgendwie andere Dinge dann darüber gestellt habe quasi, ja. Und im Endeffekt habe ich andere Dinge über mein eigenes Wohl gestellt, weil ich weiß ja, dass Meditation, Journaling, Erfolgstagebuch, Dankbarkeitspraxis, dass mir das unfassbar gut tut, ja. Was ich immer gemacht habe, ist auf jeden Fall meine Öle, ja. Aber, ja, die anderen Dinge, die anderen Bausteine, die haben einfach gefehlt. Und was ich so spannend finde, ist, dass genau in dieser Woche einmal dieses Kennenleing-Gespräch war, wo wirklich das Thema Routinen so präsent war, ja, und wirklich, ja, meine Klientin eben so dieses Problem hatte, okay, ich habe dann nichts mehr gemacht und dann bin ich sozusagen wieder etwas in meine alten Verhaltensmuster gerutscht. Das einmal. Und ich hatte einen Workshop, habe daran teilgenommen und da ging es eben um Grenzen setzen. Und zwar Grenzen setzen auch dir selbst gegenüber. Das heißt, Grenzen zu setzen, um sich damit gut zu tun, ja. Eine Grenze, die du dir selbst setzt, kann ja auch zum Beispiel sein, nein, du guckst jetzt morgens nicht auf Instagram, sondern du machst deine Meditation. Oder, ja, legst generell das Handy morgens weg oder legst das Handy abends weg, so ab 10 Uhr abends oder ab 8 Uhr abends halt kein Handy mehr. Oder du setzt dir selber eine Grenze, ja, morgens wirklich zu meditieren. Oder dein Essen zu essen, ohne irgendwie Netflix zu gucken oder ohne YouTube zu gucken oder was auch immer da so bei dir vielleicht sein könnte. Und ich habe jetzt wirklich seit ein paar Tagen jeden Tag wieder meditiert. Ich habe in mein Journal geschrieben und ganz ehrlich, nach ein paar Tagen, ich fühle mich so anders, ich fühle mich so viel besser, ich fühle mich so sehr wieder mit mir verbunden, also so viel mehr wieder mit mir verbunden. Und das möchte ich einfach heute mit dir teilen, dass Routinen so wichtig sind, und zwar Routinen, die dich nähren. Und das kann für dich auch was ganz anderes sein, ja. Also es muss für dich nicht Meditation sein. Schau mal für dich, reflektiere vielleicht mal hier für dich, was kann für dich eine Routine sein, etwas, was du wirklich täglich machst, was dir gut tut. Ganz bewusst zum Beispiel deinen Kakao, deinen Kaffee zu trinken morgens. Ganz bewusst jeden Tag frisch zu kochen zum Beispiel. Oder jeden Tag einen Spaziergang zu machen, der dir unfassbar gut tut. Jeden Tag mit deiner Freundin zu telefonieren oder was auch immer das sein sollte. Da kannst du dir zum Beispiel so eine Liste schreiben von Routinen, die dich nähren. Nährende Routinen und deine Liste einfach mal zu machen, ja. Oder dir jeden Tag von dieser Liste irgendwas zu nehmen und das dann zu machen. Kann ich dir wirklich so sehr empfehlen. Und meine Klientin hat eben auch gesagt, dann in einem Kennenlerngespräch, warum muss ich eigentlich immer an mir arbeiten und andere sind einfach so glücklich. Und das fand ich auch nochmal ganz spannend. Und das würde ich gerne hier nochmal so ein bisschen auseinandernehmen. Denn ich hatte auch in einer Podcast-Folge einmal geteilt, ich habe mir die Frage gestellt, ob ich damals nicht glücklicher war. Damals heißt, als ich noch nicht mit persönlicher Weiterentwicklung beschäftigt war, als ich noch nicht meditiert habe, als ich noch nicht in meine innere Welt eingetaucht bin, als ich noch nicht meine Glaubenssätze aufgelöst habe, mich mit meinen inneren Anteilen verbunden habe und so weiter. Ich glaube, du weißt, was ist meine allgemein persönliche Weiterentwicklung. Das Ding war, dass ich einfach alle Dinge beiseite geschoben habe. Also das heißt, dass ich nicht, ich wäre im Endeffekt gar nicht mit mir verbunden, habe dadurch meine Schatten ausgeblendet und wusste nichts von meinen Schatten. Und diese Schatten, die beleuchte ich jetzt natürlich. Das heißt, ich sehe auch Dinge, die nicht so schön sind und arbeite daran. Und es ist halt immer wieder auch was Neues. Und es ist auch immer wieder diese Routine. Das heißt, immer wieder sich mit sich selbst zu verbinden durch diese Routinen, die ernähren, um dadurch einfach mit sich selbst verbunden zu sein und diese Connection einfach zu haben, was ich halt damals nicht hatte. Und da ich mich ja auch gefragt habe, war ich nicht damals glücklicher? Und ich bin dann zu dem Entschluss gekommen, nein, das ist nicht so. Ich war halt einfach etwas blinder. Ich habe mir einfach nicht so viele Gedanken gemacht über Dinge. Ich habe meine Schatten nicht so angeschaut. Aber das Ding ist ja, dass die Dinge, die du dir nicht anschaust, die sind ja trotzdem da. Es ist ja nicht so, dass nur weil du nicht hinguckst, dass es nicht da ist. Sondern alles, was ich ja heute zum Beispiel mir anschaue, irgendwelche limitierenden Glaubenssätze, die zum Beispiel nach oben kommen, irgendwelche Trigger, also wenn irgendwas ist, wenn mir irgendein Mensch irgendwas spiegelt oder wenn plötzlich Neid aufkommt oder Eifersucht oder so, dann gucke ich mir das ja heutzutage halt an und bin halt deshalb etwas bewusster eben was, oder sehr viel bewusster, wenn man sagen, muss ich sagen, sehr viel bewusster diesen Themen gegenüber weiß, dass sie da sind, arbeite damit. Und das war ja damals nicht so. Damals habe ich dann einfach dem anderen Menschen vielleicht die Schuld gegeben und das war halt sehr viel einfacher, dem anderen Menschen die Schuld zu geben. Nur das Ding ist natürlich, ich war dort überhaupt nicht mit mir verbunden und wusste überhaupt gar nicht, was ich wirklich möchte, wer ich wirklich bin und habe Dinge gemacht, die ich eigentlich gar nicht wollte von meinem Inneren heraus. Und das ist halt der große Unterschied, ja. Und jetzt sieht man zum Beispiel Menschen, die vermeintlich sehr glücklich sind, aber die wahrscheinlich in genau diesem Status sind, wo ich halt damals war, dass sie halt sich diese Sachen halt nicht angeguckt haben. Ja, aber die wirken halt trotzdem. Das heißt, diese Menschen werden dann getriggert durch irgendwelche Sachen, schieben das immer wieder weg und sind irgendwie latent unglücklich, machen vielleicht Dinge, die sie eigentlich gar nicht machen wollen. Und wir können Menschen immer nur vor den Kopf gucken. Das heißt, du siehst einen Menschen, denkst, der ist halt unfassbar glücklich. Guck mal, der ist ja einfach so selbstbewusst, der muss ja gar nichts machen. Also erstens weißt du gar nicht, ist der so selbstbewusst? Und zweitens weißt du wirklich, dass der gar nichts macht? Ja, also du weißt es eigentlich nicht. Es sei denn, es ist jetzt wirklich ein Mensch, der dir sehr nahe steht. Und das möchte ich hier einfach nochmal auch so herausbringen. Oder darauf möchte ich einfach nochmal so das Licht bringen. Ja, dass auch generell jeder seine Themen hat, aber viele Menschen einfach wegschauen und sich nicht damit beschäftigen. Und allgemein, natürlich, es gibt zum Beispiel, wenn du jetzt das Thema Sicherheit oder Unsicherheit hast und du schaust auf andere Menschen und denkst dir so, wow, die sind ja total selbstsicher. Und diese Menschen haben andere Themen. Die haben andere Themen dann vielleicht in ihrem Leben, wenn sie wirklich so selbstbewusst sind. Ja, weil es gibt auch Menschen, die das sehr gut spielen können. Und wenn die dann zu Hause alleine sind, sind sie gar nicht mehr so selbstbewusst. Aber jeder Mensch hat einfach seine Themen. Genauso wie jeder Mensch auch irgendwelche Prägungen aus der Kindheit hat. Ja, also zum Beispiel sehr wenig Aufmerksamkeit irgendwie von den Eltern oder halt so viel Aufmerksamkeit, dass man nachher nicht mehr selbstständig ist zum Beispiel. Also, dass man später gar nicht weiß, wie wasche ich denn Wäsche, wie, wenn ich auf mich alleine gestellt bin, wie mache ich das denn eigentlich? Das heißt, es gibt da auch immer wieder diese zwei Seiten. Um wirklich an deinen Kern zu kommen, um wirklich zu erfahren, wer du bist, um wirklich zu erfahren, wofür du hier bist auf dieser Welt, um wirklich zu erfahren, was dich ausmacht, was dir wirklich Spaß macht. Also, nicht das, was dir die Gesellschaft mitgegeben hat, was deine Menschen, die um dich herum sind, dir vielleicht mitgegeben haben. Also, was du einfach irgendwie übernommen hast. Sondern das, was du wirklich im Kern magst, liebst, was du feierst, wie du dich zum Ausdruck bringen möchtest, eigentlich als Mensch, kannst du meiner Meinung nach, nur wenn du diesen Weg gehst, diese Innenschau zu betreiben, dich mit dir selbst zu verbinden, dir einfach diverse Fragen zu stellen, warum bin ich hier, was ist der Sinn des Lebens, was ist der Sinn für mich, was macht mir Spaß, wer bin ich wirklich im Kern auch? Und das haben wir allgemein verlernt, meiner Meinung nach. Ja, also, wir kommen auf die Welt eigentlich als perfektes Wesen, aber alles, was dann passiert, wenn wir dann aufwachsen, ja, ich stelle mir das irgendwie so vor wie so Lebensschichten, die da drauf kommen, die aber ja eigentlich gar nicht wir selbst sind, sondern das ist halt einfach Gesellschaft, das ist einfach Familie, Freunde, Lehrer, alles, was dann da passiert, das sind so Lebensschichten, die auf uns drauf kommen. Und da wir ja eigentlich generell jetzt nirgendwo lernen, wie wir uns mit uns selbst beschäftigen, wie wir an unseren Kern kommen, wie wir uns wirklich mit diesem Kern auch verbinden, es sei denn, wir haben wirklich Eltern, die da sehr drin sind, auch so in der Spiritualität und wirklich auch so in dieser persönlichen Weiterentwicklung, wie sollen wir es wissen? Das heißt, wir dürfen dann erstmal schön die Lebensschichten abmachen, aber die meisten Menschen oder viele Menschen, die sind ja vielleicht noch gar nicht an diesem Punkt, diese Lebensschichten abzunehmen. Also ich habe angefangen, diese Lebensschichten abzunehmen vor ein paar Jahren und davor waren diese Lebensschichten ja auch da drauf und ich dachte, ich bin dieser Mensch und ich kann nur dieser Mensch sein und ich kann ja gar nichts anderes und ich bin halt nicht selbstbewusst und ja, ich bin halt irgendwie lost oder was ich da alles gedacht habe, aber es war halt einfach nur, es waren diese Lebensschichten und die habe ich dann nach und nach wirklich abgelegt oder bin auch durch Meditation zum Beispiel einfach mal an diesen Lebensschichten vorbei in mein Inneres und habe da wirklich gespürt, was abgeht und wer ich wirklich bin und habe realisiert, was meine positiven Eigenschaften sind und was allgemein überhaupt meine Eigenschaften sind, was auch vielleicht Eigenschaften sind, ja, die vielleicht nicht so immer so toll sind, ja, ich bin zum Beispiel, ich habe einfach realisiert, Katrin, du bist gar nicht so ordentlich, du bist einfach ein bisschen echt chaotisch, so und das war auch etwas so, ich dachte immer echt, ich bin so voll, ich bin eigentlich so voll strukturiert und ja, ordentlich, aber ich habe einfach dann auch realisiert, du bist eigentlich echt auch ein bisschen chaotisch, muss ich sagen, und auch diese Dinge sind dann zum Vorschein gekommen, und was aber auch dazu gehört, weil ich einfach mich jetzt kenne, ja, also da ist auf jeden Fall noch mit Sicherheit so viel Luft nach oben, es ist ja wirklich ein Prozess über das ganze Leben, sich selbst kennenzulernen und da kommt immer wieder was Neues und ja, aber es darf halt Spaß machen, ganz wichtig, aber so wie ich jetzt hier sitze und mit euch spreche, einfach so freie Schnauze, sage ich jetzt mal, das wäre ja damals zum Beispiel gar nicht möglich gewesen und es ist so schön, diese Lebensschichten so nach und nach da mal so reinzugehen, teilweise Schichten auch einfach wegzulegen und ja, da wirklich reinzugehen, um sich selbst wirklich kennenzulernen und wenn ich jetzt nochmal so zurückkomme zu dem Thema Routinen, dann ist das einfach so, beziehungsweise, was ich auch mit meiner Klientin dann besprochen habe, ist, warum passiert das eigentlich, um da nochmal vielleicht kurz reinzugehen, warum Routinen einfach auch so wichtig sind, wenn du 20 Jahre, 25 Jahre, 30 Jahre, 35, 40, was auch immer Jahre, diese Lebensschichten auf dir hast, und dann irgendwann anfängst, mit der persönlichen Weiterentwicklung, dich mit dir selbst zu beschäftigen, mal so zu gucken, was ist denn da noch so und diese Lebensschichten weg tust, die da aber schon jahrelang drauf waren, dann sind die vielleicht erstmal weg oder sehr viele davon weg, ja, du bist selbstsicher, du vertraust dir selbst, du weißt, wer du bist, die sind so schwer, um das jetzt mal irgendwie so darzustellen, die sind so schwer, die sind dann irgendwie noch da irgendwo, die sind nicht komplett weg und da die halt so genährt sind von diesen Jahren, die du dich schon mit dir trägst, wenn du dann nichts mehr machst, gar nichts mehr, kann das sein, weil die so tief sind und so schwer sind, dass diese Lebensschichten sich ganz langsam wieder auf dich draufsetzen, wenn du halt wirklich nichts mehr machst, ja, also nichts im Sinne von dich nicht mehr mit dir selbst verbindest, dir also wirklich keine Fragen mehr stellst, nicht mehr reflektierst, nicht mehr so, wenn dir irgendwas passiert, wenn du irgendwie irgendeine Situation hast, wo du merkst, boah, das hat mich jetzt irgendwie voll gestört, so Triggerpunkte auch, wenn du da nicht mehr in die Reflexion gehst, ja, wenn du dir auch zum Beispiel nicht mehr sagst, dass du toll bist, ja, dass du wieder vielleicht mehr und mehr daran dahin gehst, die negativen Dinge zu sehen statt die positiven Dinge, deine positiven Eigenschaften, eher deine negativen Eigenschaften, nicht mehr deine Erfolge so sehr in den Fokus legst, sondern eher so Sachen, die nicht so gut passiert sind, dann kann das sein, dass du quasi wieder Stück für Stück zurückgehst in dein altes Glaubenssystem, ja, und dass du wieder unsicherer wirst, ja, dass du dir wieder weniger vertraust, dass du wieder mehr Ängste auch hast, ja, was auch immer so deine Ängste sind oder, ja, dass du wieder zurück zu alten Ängsten gehst und eben wieder diese alten Glaubensmuster eigentlich, dass sie wieder aufleben und das ist halt einfach so, dass unser Gehirn, unser menschliches Gehirn ist nicht dafür gemacht, glücklich zu sein. Unser menschliches Gehirn ist dafür gemacht, zu überleben und das ist eigentlich so der Kern, ja, deshalb ist es auch so, dass wir uns an negative Dinge, nicht so schöne Ereignisse, peinliche Momente, also peinliche, die wir so bewerten, daran erinnern wir uns immer mehr an, als an schöne Momente, als an Dinge, wo wir einen Erfolg hatten, ja, deshalb Erfolgstagebuch so wichtig, deine Erfolge aufzuschreiben. Ich packe auch nochmal das kostenfreie PDF in die Shownotes, das kannst du dir dann runterladen und so geht das dann peu a peu, ja, dass man seinen Fokus wieder einfach, weil unser Gehirn so gemacht ist, mehr auf den Mangel richtet, auf Mangel, auf negative Dinge, ja, wieder mehr negative Gedanken, ja, wenn man die Affirmation zum Beispiel auch nicht mehr verwendet, also was ja auch positive Gedanken einfach sind und ja, das ist halt gerade eben auch bei Menschen, die eher ganz viel von diesem Lehm auf sich hatten, von ich bin nicht gut genug, von ich bin klein neben anderen Menschen, von ich bin unsicher, ich werde nicht gemocht, ich bin nicht liebenswert, ich bin nicht wertvoll, bei diesen Menschen ist das dann natürlich, ja, kann das besonders eben so sein, dass man sich da halt dann wieder so dahin shiftet, eher so diese negativen Dinge zu sehen und eher wieder unsicherer zu werden. Aber das Schöne ist ja, dass wir da wieder entgegenarbeiten können, weil ich habe ja, wie gesagt, das auch schon erlebt, dass ich dann wieder etwas unsicherer auch geworden bin, gemerkt habe, irgendwie habe ich mich so ein bisschen selbst verloren und immer in diesen Momenten wird mir aber auch klar, beziehungsweise, also mir wird klar, ich muss was ändern, ich kann aber auch was verändern und vor allem weiß ich, was ich auch tun kann, weil ich meine nähernden Routinen habe, ich weiß, was mir gut tut, ich weiß, dass Meditation einfach mein absoluter Game Changer ist, in die Selbstsicherheit und in mein Selbstwertgefühl wieder zu kommen, ja, weil ich mich dadurch spüren kann. Journaling, ja, also mir aufzuschreiben, was sind meine Erfolge und jeden Tag das aufzuschreiben, das müssen nur drei Minuten sein, das ist aber Hauptsache, man macht es einfach, ja, meine Erfolge aufschreiben, um damit den Fokus auf das Positive zu richten, auf das, was ich geschafft habe und nicht in den Fokus zu legen, was weiß ich, zum Beispiel heute, dass ich heute Mittagsschlaf gemacht habe, weil ich so unfassbar müde war und mir abends halt nicht zu denken, boah Katrin, hast du den ganzen Tag nur geschlafen? Nein, abends mich nochmal hinzusetzen und meinem Gehirn einzuflößen, nein, du hast heute nicht nur geschlafen, sondern du hast auch einen Spaziergang gemacht, du hast einen Podcast aufgenommen, du hast heute Morgen Yoga gemacht, du hast meditiert und so weiter und so weiter und deshalb ist es so kraftvoll für sich herauszufinden, was sind deine näherenden Routinen, aber die dann auch einfach zu machen, die wollen auch gemacht werden, ja, weil wenn du sie nicht machst, dann ist es natürlich für nichts, ja, und dann hat dein Gehirn natürlich wieder die Kapazität, da wirklich in die negativen Sachen reinzugehen, in deine Limitierungen reinzugehen, deine alten Glaubensmuster wieder aufkommen zu lassen, also habe ich auch schon mal hier in einer Podcast-Folge erzählt, so deine Glaubenssätze, deine Glaubensmuster, das ist wie Autobahn in deinem Gehirn und wenn du 25, 30 Jahre, wie auch immer, gedacht hast, du bist nicht gut genug, dann ist diese Autobahn, aka Synapsenverbindungen, Verschaltungen in deinem Gehirn so ausgeprägt, ja, dass dieses ich bin gut genug ist erstmal ganz, ganz fein in deinem Gehirn, wenn du das das erste Mal zu dir selbst sagst, sodass du dir das eigentlich gar nicht glaubst, vielleicht sogar am Anfang, deshalb ist Affirmation, manchmal denkt man sich am Anfang so, was soll denn das eigentlich, mir zu sagen, ich liebe mich, ich spüre das überhaupt gar nicht, weil diese Autobahn in deinem Gehirn, also da ist keine, da ist ein kleiner Trampelfahrt vielleicht, wenn überhaupt, ja, und diese Autobahn von ich bin nicht gut genug ist so präsent und jetzt stell dir mal vor, du machst jetzt über Wochen, Monate, sagst du dir deine Affirmation, du spürst die auch, ja, also du gehst auch auf deine Erfolge und was man, man kann halt sehr viel machen, wäre jetzt zu viel, das jetzt noch alles zu thematisieren und dann wird diese Autobahn von ich bin nicht gut genug, weil du das realisierst und siehst, was du für tolle Eigenschaften hast und was du alles für Erfolge schon hattest und auch hast jeden Tag, wird diese Autobahn von ich bin nicht gut genug kleiner, schmaler und ja, ich bin gut genug, das wird dann, also zum Beispiel, ich bin gut genug oder ich bin wertvoll oder was auch immer, wird dann mehr und mehr kleiner Trampelfahrt, dann wird das eine kleine Straße und dann wird das vielleicht auch irgendwann zu einer Autobahn, aber das braucht eben diese Routine, dieses immer wieder, diesen Fokus auf das Positive zu richten, auf Erfolge, weil unser Gehirn eben immer, ja, diese negativen Dinge, diese Limitierung, den Mangel, ja als erstes sieht, das heißt, es braucht mehr Energie, in die positiven Dinge zu gehen, in deine Erfolge zu gehen, das ist einfach so, der Mensch ist einfach so gemacht, also das Gehirn ist einfach so gemacht, es kostet mehr Energie, in die positiven Dinge reinzugehen und deshalb ist eine Routine eben so wichtig und warum das dann eben auch wieder zurückgehen kann, dass du wieder unsicherer wirst, ist, dass diese Autobahn von ich bin nicht gut genug zum Beispiel, so ausgeprägt war und vielleicht auch noch nicht ganz weg war, als du dann aufgehört hast mit deinen Routinen und dann kommt das nach und nach wieder, weil das gewohnter ist für dein Gehirn, weil du das vielleicht schon 25 oder 30 oder 40 Jahre dir immer wieder gesagt hast und auch Bestätigungen im Außen immer gefunden hast, weil du es auch unbewusst immer wieder suchst, wenn es dein Glaubensmuster ist, dann kann das sein, dass ich bin nicht gut genug, ich bin nicht wertvoll, ich bin unsicher, ich muss mich schämen für irgendetwas, dass das wieder mehr wird, weil du diese kleinen oder eben diese nähernden Gedanken, diese nähernden Muster nicht mehr gestärkt hast, eben durch Affirmation zum Beispiel oder durch Meditation, einfach durch Fokus auf das Positive. Und das ist im Endeffekt dann so der Grund, warum Dinge wiederkommen. Und dann vielleicht manche Menschen sagen so, boah, warum kommt denn das jetzt wieder? Und das ist so mehr oder weniger der Grund. Und deshalb möchte ich dir heute noch mal so ans Herz legen und dir eigentlich mitgeben mit dieser Podcast-Folge, dass du dir Routinen setzen darfst und Routinen für dich, Routinen wirklich für dein Wohlbefinden, für dein Selbstwertgefühl, für deine Selbstannahme, weil das ist ja wirklich die Basis für dein Leben. Und wenn du dich schlecht fühlst und nicht selbstbewusst fühlst und nicht wertvoll fühlst, dann überschattet das halt dein komplettes Leben. Ich glaube, wenn du mit diesem Thema vertraut bist, dann wirst du das nachvollziehen können. Ja, mit dieser Brille durchs Leben zu gehen, dass man nicht wertvoll ist, das überschattet halt einfach das komplette Leben. Und dann sucht man natürlich auch wieder unbewusst für, ja, nach den Bestätigungen im Außen und findet die dann auch natürlich, ja, dass man dann nicht wertvoll ist, obwohl das natürlich nicht deine Wahrheit ist. Aber so läuft das halt leider bei uns im Gehirn ab. Und genau, deshalb kann, schau doch einfach mal so für dich, okay, was können Routinen für dich sein und fang jetzt damit an. Genau jetzt, ja. Wenn du zum Beispiel sagst, eine Atemübung zu machen jeden Tag, um einfach ein bisschen relaxter zu sein, mit mir verbunden zu sein, also mit dir selbstbewusst, nicht mit mir, dann, ja, zu sagen, ich mache jetzt zwei Minuten eine Atemübung zum Beispiel. Und das darf auch unverhandelbar für dich sein. Und was dir dabei helfen kann, das auch durchzusetzen, wirklich deine Routine durchzusetzen und nicht morgen, übermorgen oder in einer oder zwei Wochen zu sagen, ah, komm, passt schon, ist, dich mit deinem Warum zu verbinden. Warum ist es für dich so wichtig, dich mit dir selbst zu verbinden und diese Routine zu haben? Für mich persönlich, ich habe mir das natürlich auch nochmal, also ich habe mich das auch nochmal gefragt, habe das nochmal für mich reflektiert. Und für mich ist es unverhandelbar, dass ich diese Routinen habe, weil ich ansonsten die Verbindung zu mir selbst verliere und auch selber wieder in Unsicherheiten komme und an Dingen Zweifel und wieder Fokus auf etwas Negatives richte anstatt auf das Positive, was ja einfach uns alle umgibt jeden Tag. Es gibt so viele positive Dinge, die wir haben jeden Tag. Das fängt ja schon bei, wir können einfach in den Supermarkt gehen und etwas einkaufen, da fängt es ja schon an. Ja, das habe ich dann eben für mich reflektiert und habe sofort angefangen und gesagt, das ist jetzt für mich unverhandelbar, ich werde jeden Tag meditieren. Und wenn es nur zwei Minuten sind und ich werde jeden Tag wieder in meinen Journal schreiben, was meine Erfolge waren des Tages, wofür ich dankbar bin. Ja, also ich lege mich jetzt auch immer wieder ins Bett. Wir legen uns ins Bett, ja, und dann kann man doch mal eine Minute zum Beispiel für sich nochmal durchgehen, wofür man dankbar ist an diesem Tag. Was war gut diesen Tag? Was waren Erfolge? Ja, das kann, das muss ja nicht immer eine Stunde Routine sein, das kann schnell sein. Und natürlich schriftlich ist es dann nochmal umso besser. Aber was ich jetzt immer nochmal mache, ist, dass wenn ich ins Bett gehe, dass ich dann einfach nochmal kurz für mich überlege, wofür ich dankbar bin und diese Dankbarkeit auch in mir spüre. Und das ist so ein anderer Abschluss des Tages, damit ins Bett zu gehen, als mit, boah, hast du wieder nicht deine To-Do-Liste geschafft? Boah, irgendwie hast du heute ein bisschen zu viel wieder, ja, Erdnussbutter gegessen oder was auch immer das bei dir ist? Das sind wirklich so Gedanken, die ich hatte, so in den letzten Wochen. So, boah, wieder die To-Do-Liste nicht geschafft. Boah, Erdnussbutter hättest du auch mal ein bisschen weniger essen können. Das ist übrigens meine Addiction gerade, ja. Also Brot mit Erdnussbutter. Unfassbar gut, ne? Aber man kann auch abends ins Bett gehen und sagen, was war gut? Ich war im Fitnessstudio zum Beispiel oder ich habe heute frisch gekocht oder ich habe dieses eine To-Do von meiner To-Do-Liste geschafft. oder ich habe heute für mich entschieden, zum Beispiel, ja, eine Pause zu machen, ja, oder, ja, einfach mal heute es gut sein zu lassen. Das kann auch genauso ein Erfolg sein, ne? Also ein Erfolg. Schau, was ist für dich persönlich ein Erfolg? Und ich lege dir da auch wirklich so sehr meinen PDF-Journal ans Herz. Ja, das kann auch einfach für dich nur so eine Inspiration sein, wie du es vielleicht für dich selbst machen möchtest. Du kannst dir ja auch einfach so ein Journal holen, irgend so ein Buch, ein Notizbuch und da zum Beispiel jeden Tag für dich das reinschreiben, was für dich eben passend ist. Für mich ist genau das passend, was gerade in dem PDF-Journal ist. Was ich noch ganz toll finde, was ich vielleicht noch mal, ja, ergänzen würde bei meinem nächsten PDF-Journal, ist zum Beispiel diese Frage, worauf freue ich mich heute? Das finde ich noch mal so richtig toll, sich vor Augen zu führen, was ist denn heute Schönes? Also was war das Schönes heute auf dich, worauf du dich freust? Das ist noch mal so eine Frage, die ich jetzt so seit ein paar Tagen noch mal so mit reinnehme für mich persönlich, weil sie mich einfach daran erinnern, was einfach Schönes auf mich wartet an diesem Tag und das hebt meine Stimmung einfach so an. Ja, heute war das zum Beispiel mein Porridge zu essen morgens, mir wirklich heute einen tollen Kakao wieder zu machen mit Milchschaum, mit Hafermilchschaum, meine Öle zu verwenden, wirklich ganz intuitiv meine Öle rauszusuchen und meinen Diffuser hier hinzustellen. Dann habe ich mich darauf gefreut, eine Rechnung zu schreiben. Ja, eine Rechnung zu schreiben, das ist ja auch immer toll und auch spazieren zu gehen zum Beispiel. Ja, also das waren so Dinge, die habe ich zum Beispiel heute aufgeschrieben, darauf habe ich mich heute gefreut. Also das dazu, wenn du vielleicht auch gerade in so einer Situation bist, wo du sagst, irgendwie bin ich wieder so ein bisschen in Anführungszeichen rückfällig geworden, bin irgendwie vielleicht wieder so ein bisschen negativer drauf oder ein bisschen unsicherer, dann lass dich gerne von dieser Podcast-Folge heute inspirieren, in eine Routine reinzugehen oder wieder in eine Routine reinzugehen und für dich wirklich zu gucken, was ist näherend für mich, welche Routinen sind näherend für mich und dann auch wirklich aus Liebe und Respekt dir selbst gegenüber diese Grenze zu setzen von ich mach das und das ist unverhandelbar für mich, weil ich genau weiß, das tut mir gut zum Beispiel oder weil ich genau weiß, ich bin da mit mir verbunden oder weil ich genau weiß, wenn ich diese Routinen habe, dann bin ich kreativ oder dann kann ich, dann habe ich mehr Energie und bin dann eben auch im Endeffekt für andere Menschen da, ja. und so unsexy Routinen manchmal irgendwie klingt, desto wichtiger, also desto wichtiger sind sie ja für dich, ja, also da wirklich zu verstehen und zu verinnerlichen diese Routinen, diese Grenzen, die du vielleicht dir selbst gegenüber setzt, sind aus Liebe und Respekt dir gegenüber, um im Endeffekt wieder frei zu sein, um im Endeffekt wieder glücklicher zu sein und das Leben mehr genießen zu können auch, ja. Und ja, das ist es heute, was ich mit dir teilen wollte. Ich hoffe, du konntest etwas aus dieser Podcast-Folge für dich mitnehmen. Ich freue mich, wenn dir dieser Podcast gefällt, dann lasst mir total gerne auch eine positive Bewertung da auf Spotify beziehungsweise Apple Podcasts, das dauert auch überhaupt nicht lange und ich freue mich immer so sehr über jede neue Bewertung dieses Podcasts. Vielen Dank an euch schon mal für eure Mühe und ja, ansonsten, wenn du Unterstützung haben möchtest in Bezug auf Routinen, aber auch allgemein vielleicht zu einem Thema, welches du gerade hast, dann kontaktiere mich total gerne. Ich habe auf jeden Fall gerade noch freie Coaching und Hypnoseplätze frei, werde auch bald ja nochmal ein paar neue Pakete rausgeben, ein paar neue Coaching-Pakete und da darfst du dann ganz gespannt sein. Wie gesagt, das PDF-Journal findest du in den Shownotes, ansonsten freue ich mich auch über einen Kommentar unter dem aktuellen Instagram-Post, wie dir diese Folge gefallen hat, was du vielleicht auch aus dieser Folge mitgenommen hast und was vielleicht auch ab heute deine neue Routine sein darf, um wieder mehr in die Verbindung zu dir selbst zu kommen oder was da auch immer dein Ziel ist. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich, dich nächste Woche Montag hier in den Podcast begrüßen zu dürfen und alles Liebe, eine große Umarmung an dich und Bussi Bussi. Hat sie gerade Bussi Bussi gesagt? Hat sie tatsächlich. Fragt mich nicht, warum. Naja, alles Liebe für dich und für ihr alles. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020